Heute erzähle ich die Geschichte von Crispy Bear. Vor langer Zeit war diese kleine Bärin nur am Leben, weil sie immer schön auf ihren Vater gehört hat. Und sie war glücklich. Aber Crispy hatte ein großes Problem. Sie war sehr neugierig. Ja, und eines Tages sah sie etwas Neues und war sofort tot. Einfach so? Ja, immer dasselbe Ende. Hab's verstanden, Dad. Ich werde nie irgendwas anders machen. Braver, Junge, Thunk. Meine Familie lebte immer nach der einen Regeln meines Vaters. Verlasse nie die Höhle. Wir hatten nie die Chance, die Welt da draußen zu erkunden. Aber wir ahnten nicht, dass sich unsere Welt vollkommen ändern würde. Eve, komm runter! In die Höhle! Lauf! Achtung! Das müsst ihr euch echt ansehen, Leute. Das ist so wunderschön! Achtung! Achtung! Lauf! Lauf! Achtung! DreamWorks Dekruz